Ja! 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 Jeder hier im Kreis kann stolz aus sein. Wir haben sechs geile Spiele abgeliefert und sind zu Recht in den EOS. Und dann holen wir jetzt die Kalkunde! Kult und Kler! Kult und Kler! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In Frankreich genießen uns den Treiben, 2016 Art und Weise diese guy hat sich vertragen und was hat mich mit angestickt hab ich mich angestickt Ja, 1735 verloren, war ein bisschen zu ängstlich, ist hier nicht so ins Spiel reingekommen, konnten nicht das umsetzen, was wir eigentlich wollten. Wir sind mit der offensiven Abwehr nicht zurechtgekommen, haben wir alles angesprochen, aber irgendwie ist der Akku ein bisschen leer. Ärgerlich, ich glaube, wir haben uns ein bisschen gehen lassen in der zweiten Halbzeit, der zweite Teil der ersten Halbzeit ansonsten. Ja, es steht noch ein Rückspiel an, da wollen wir nochmal alles geben. Wir hätten gerne besseres Ergebnis im Hinspiel erzielt, aber einsspiel haben wir noch, da gehen wir wieder voll. Ja, es steht noch ein Rückspiel.